willkommen zum neuen Video von Minecraft der fünfte Part ist es jetzt glaube ich aber ich sag mal lieber nix weil in Aquas hat damals auch so dass wir uns vor allem genau dass ich mich jedes mal versprochen habe hier ist ein Ator Lotto Ator so ähm ja heute wollen wir ganz viel in der Mine arbeiten bei uns die Treppe hier runter und hier sind Dings und da auch ja also heute steht in der Folge an erstmal ein bisschen Farm dann ja keine Ahnung muss gucken wir finden Diamanten so ich habe gerade eben mit meiner Diamant-Pick-Ex bevor ich eben gestorben bin alles gut bei dir ähm eben hatte ich noch mal wie heißt das scheiß noch mal das hier leider ne Obsidian ja Obsidian ich bin echt los jetzt muss da so ein Zombie nerven ne ich habe eben Obsidian gefarmt und jetzt haben wir schon mal das Portal jetzt brauchen wir ein Feuerzeug hol ich gerade okay dann gehen wir jetzt in der Folge schon rein ja gut und dann fahren wir da weiter okay Abfahrt relax so sollte vielleicht auch rausgehen ich bin schräg runter gegangen auch schon die hässlichen Viecher ach jetzt kann ich auch mal die Goldrüstung anziehen das ist Gold Gold könntest du im Prinzip mitnehmen jetzt sind diese Gold Dinger ja Gold Nuggets krass da oben sind ganz viele Schweine wenn wir das weiße hier mitnehmen Quarz ja nehm alles mit was ich finde dann kann unser Amazon mal voll was ich habe angst ja nicht mehr gruselige geräusche was sorten ist unter uns dieses weiße bums macht angst mir ich habe so viele fragen zu dieser zu dieser hölle ist ganz schön viel gold meine spitze soll der scheiß gold abgebaut greifen die mich einfach direkt an freies land hallo kannst du mir deine eisenspitze in meinem kraft sind lecker das macht eigentlich überhaupt keinen sinn in minecraft sind alle pilze lecker auch fliegen pilze ich meine jetzt so weil ich ja eigentlich gar keine pilze mag allgemein sag ich immer wenn ich an die pilzsuppe denkt mit meinen kraft sind sag ich immer bitte sind lecker ich hoffe zu kütchen du dummes vieh fick ich fick ich der hat mich mit einem schlag getötet mit einem hat er doch vor live ist so was mag ich ja gar nicht so was eine frechheit also so was sind also gar nicht kann man die hölle eigentlich auch so finden herum gerät oder nein die die das ist was das ist es das ist das ist das ist es das kann er mir aus der aus der luft gefallen ja kommst du wieder in nether ich bin ich schon nicht kann ich haben nein ich bin die lava gefallen ich habe richtig glück da unten da unten war dieses verfluchte boden oder wird das ist ja so sind ja da hat man gut gerettet vom fall in die da war ich doch alles ist in der lava gelandet sogar verzaubert wenn der portal aus weil er ein creeper der explodiert ist nein nach hause mama du darfst jetzt nicht mehr nach hause das problem ist ich hab kein feuerzeug mehr was sind das für tiere die da auf dem lava laufen obwohl das portal bei dir sollte noch an sein kannst du geh mal in das portal bei uns ich mache uns heute bild die ganze zeit dieses verfluchte vieh aber ich sehe es nicht hier sind etgarianer sogar mit etgarianer ach so scheiße wir laufen alter ich gehe jetzt erstmal goldschwerter zu fahren wollen mich ja alle gerade kriegen aber ich schaffe nicht kommen gerade so viele zombies her ich verreck hier junge der alte was hat er gerade für ein kick gemacht der ist einfach hochgesprungen aber ich darf gar nicht nach hause doch darf ich ja das portal bei dir sollte noch an sein sollte ich nicht so ist nein sollte ich will nach hause wo ist denn das baby ding ich weiß nicht irgendwo da oben diesmal kann ich hier auch kann sein dass das game ich nicht mag Karl istrin m s s k t t k 3 t ja es war nicht wieder raus und dann und dann mal wieder in diese schluchter gehen das nenne ich jetzt mal ein jahr das wäre hier als rausgehen und dann bei uns da in der schlucht weiter gucken ich bin gestolpert fall 10 20 kilometer runter landet direkt neben der lava alter naja du bist gestolpert ja ich bin ich bin eine hohe treppe runter gestolpert versuche ich mal meinen letzten nut da noch zu retten und dann habe ich auf aufnahme mich nicht dann bin ich tot egal wie ich frage mich wie ich auch runter kommen soll brot so jetzt habe ich auch noch los wieder bekommen ach du scheiße vielleicht hilft ein bisschen lametta besser funktioniert als ich gedacht habe da kriegt mir ja schaden drauf ne ja kann ich jetzt auch nicht angeln was ist hier unten hoch wenn ich hier bin dann kann ich nochmal gucken redstone wenn man die profis von minecraft was ist halt das ist redstone sieht so aus ok das vielleicht nicht aber was sind das hier für blöcke wo bin ich hier war gerade eine spinne ich hab so schick ich will ich will hier gar nicht reden weil ich so vorsichtig gerade bin was ist das greift das an sieht richtig eklig aus ich schick ich gebe hier ich gehe hier stimmt wo ist ist weg, oder? Komm, schnapp mir das golde Zimmer. Das haben sie nicht gesehen? Oh fuck, oh fuck. Jetzt laufen mir wahrscheinlich alle Viecher hier in meiner Nähe wieder rum. Äh, hinterher, rum. Das kann ein Schwein, ja das kann ein Schwein. Nein, das seht ihr nicht. Das ist mal hier grad ein 1v1, alter. Fuck. So schnell schweißt man beim 1v1 auch wieder rein. Komm, auf. Bitte nicht die ungemütlichen Geräusche. Die Fresse da unten. Jetzt falle ich hier nicht runter. Ich glaube auf PC hätte ich nochmal Probleme. Oh nein. Das ist ja noch so ein Kacksleim hier, Alter. Geh weg, mach dich vom Acker. Geh weg. Weg hier. Das ist mein Wald. Schwein bleibt da. Da ist sie nicht mehr so. Natürlich. So. Oh fuck, ist das hier kombiniert. Ey, du bist ja direkt neben mir. Ja. Ich bin direkt neben dir? Ja. Hä? Komm mal nach oben. Ich bin in der Höhle. Komm mal schräg nach oben. Ich bin schräg unter dir. Ja. Ja. Gott am Recken. Fick dich doch was, was mich nervt. Was? Das. 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 Das alles hier so viel Schaden macht, Mensch. Ja, kann das. Na, na. Na gar nicht mehr. Na, na. Na, na ist es noch schlimmer. Kämpfe mich jetzt durch das Glas in das Gebäude. Was bringt das Eis wie um. Da, da bringt nichts. Wo bist du gerade? Bist du bei der Höhle? Im Eishaus. ja ich habe keinen bock mehr auf den scheiß mit ihrer aufschätzt soll man sich nicht in viel Höhle gut dann können wir weiter mine kraften und dafür weil ich erstmal in die Lava als Begrüßung einmal direkt in die Lava fallen wo kennt man es doch hier und wo sind jetzt meine Sachen weiß nicht ich bin hier schon am durchsprinten wie geht es denn heute scheiße oh jo jetzt ist hier schon wieder am toilet ich sehe gar nichts mehr manchmal liegt ja an ja das ist auch gestorben ich bin mitten im wasser gespawnt wir haben jetzt bis zu unten in die Höhle ein riesen wasserfall ich will kreativ Modus warum weil ich das Spiel habe ich wollte und dafür jetzt schwimmt hier noch eine Krage rein wasserzummi ich bleibe ich stopp halt ich nicht wenn wir nicht lieber arg spielen er tut ein Schatten die haben ein kürzendes Müll k k k k karte mal ja heute einen guten Tag na zu wollen lassen da liest du wohl falsch heute war der schlimmste tag meines Lebens schon mal mein Kopf gespielt habe ich habe Trinkkranken zum aber das ist auch Versuch in Lava zu schwimmen wie kommt man da hoch ja ich bin mit Wasser gespielt und das war ein Loch mit Lava ich habe wieder durch Wasser getrunken oder war diesmal Lava und auf einmal Wasserloch oder war es hätte ich schon wieder sondern ich wollte mich jetzt erst mal zu dir mach das und dann gibt mir kreativen muss also übertreiben was killt mich denn jetzt hier ich will das nicht mehr spielen ich auch nicht wenn ich mir das jetzt so überlegen hier der weiße Kind mich so ne ne ich glaube ich will beende jetzt im Part das hört sich mir jetzt wurscht ich hole den du die nächste Folge also gar nicht war jetzt die letzte Folge ne nein nein irgendwann habe ich es ist egal den deutschen Pass mit Glück noch mal los aber es ist eher umschuldig ja ja ich werde jetzt den Part her haut rein bis zum nächsten Fall schiech na gut für ne halbe Stunde akel und sie auch nicht mehr schiech he 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 aber wir können uns ja sicher einbuddeln wickel 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 ja moin he 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 droger 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 du hast es hier close die bis red denn es ist häng fast der der schluss die die Schenk ich die 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 Was ist das denn? Hier unten liegt dein Bett. Hä? Was ist denn hier passiert? So, so, Finn, 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 Finn. Komm mal mit. Komm mal mit, hier. Jetzt, du platzierst dein Bett da unten. Ja. Ja? Und jetzt gehst du schlafen. Ich danach. Was? Jawohl, ich bin in ein Loch gefallen. Ich komm nicht mehr raus. Ja, mein Hirn ist ja eine Hülle. Warum? 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 Warum ist so ein hartes Leben? Warum ist so ein hartes Leben? Ich bin der Retter der Welt. Lass mich sterben! Lass mich sterben! AHHHHHHHHH AAH! Das steht in die Blume. MAMMA! MAMMA, lass es weg! AAH! 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 Huck, huck! Huck, huck! AAUGH! SMACKT! Huck, huck! Der fieh mich fest! Pff, huck, huck! feld die 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 ich will nicht mehr das verstecken stehen ich habe kein Bock mehr ich gehe raus